Hallo zusammen, heute machen wir eine Rinderzunge vom Smoker. Zeit den Grill anzuschmeißen. Ich nehme es mal vorweg, kaum etwas hat mich so positiv überrascht, wie das heutige Rezept und das Ergebnis einer geräucherten Rinderzunge. Ich habe mir bei einem Fleisch-Online-Shop diese Rinderzunge bestellt und die ist 1,8 Kilogramm schwer. Ich habe jetzt einen Anzündkamin halbvoll mit Briketts vorbereitet, meinen Dutch Ofen aufgesetzt und wir starten mit kaltem Wasser. Also die Rinderzunge wird kalt aufgesetzt. Jetzt nehme ich Suppengrün oder einfach etwas Wurzelgemüse, in dem Fall Lauch, Karotten, Sellerie, Petersilienwurzel, was man halt so für eine normale Gemüsebrühe normalerweise nehmen würde. Wer möchte, kann auch noch ein paar Lorbeerblätter mit da reinpacken und dann gießen wir das Ganze mit kaltem Wasser auf, bis die Rinderzunge vollständig mit Wasser bedeckt ist. In dem Fall passt das hier mit meinem 1,8 Kilogramm schweren Zungenstück und dem 3 Liter Dutch Ofen gerade so hin. Jetzt schließen wir den Dutch Ofen und geben Kohlen obendrauf und jetzt kann diese Zunge ca. 2-2,5 Stunden vor sich hin köcheln. In dem Fall gucke ich immer zwischendurch mal nach und gieße eventuell noch etwas Wasser zu. Wer möchte, kann die auch mal nach der Halbzeit umdrehen, ist aber nicht das absolute Muss. Nach gut und gerne 2 Stunden sieht unsere Rinderzunge dann so aus. Das Gute ist, dass man die jetzt relativ einfach pellen kann. Man kann also die Haut von der Zunge entfernen. Das funktioniert wirklich einfach. Zusätzlich zum Abziehen der Haut nehme ich mir aber noch ein scharfes Messer und schneide noch so ein paar Kleinigkeiten weg, die irgendwie nicht so schön sind. Der Ansatz von der Rinderzunge hat auch so einen kleinen Anteil an galärtartigem Gewebe. Das habe ich gleich auch komplett mit entfernt. So, das ist dieses Stück. Wenn wir dann fertig sind, haben wir eine richtig schöne, saubere Zunge. Das tupfen wir jetzt trocken und dann würzen wir das mit Barbecue-Rub. Grundsätzlich kann man die Zunge, glaube ich, jetzt sogar schon aufschneiden und essen. Es gibt auch viele, die das machen. Für jemanden, der ja gerne Fleisch vom Smoker isst, sollte man sich aber unbedingt noch weiter um eine Zubereitungsform bemühen. So, die Zunge ist dann jetzt mit rauchiger Drecksau von der Spice Bar gerubbt und wandert jetzt auf den Smoker. In dem Fall meinen GMG-Pallet-Grill. Wir heizen den vor auf 65, schalten dann die Temperatur hoch auf 120 Grad und nach gut und gerne zwei Stunden wickeln wir das in Butcher-Paper. Ich würze das Ganze mit einer Honig-Sriracha-Soße. Man kann aber auch eine normale Barbecue-Soße nehmen oder zum Beispiel auch einfach etwas Bier mit rein und dann das Ganze nochmal für anderthalb Stunden auf dem Smoker. Jetzt ist unsere Rinderzunge fertig. Die Farbe und das Ergebnis ist wirklich toll. Also ich bin schwer begeistert. Duftet auch gut. Ich bin bei Zunge so ein bisschen ohne richtige Erwartungshaltung gewesen. Ich weiß, dass Innereien oder Sonstiges ja eher polarisieren, aber das hier ist wirklich gigantisch. Jetzt schneide ich die Zunge einfach in dünnen Scheiben auf und ich muss sagen, wie gesagt, ich finde es richtig, richtig lecker. Wir haben einen schönen Rauchring. Die Konsistenz ist gut. Und ich würde mal behaupten, wenn man das so aufschneiden würde und würde das auf einem Teller servieren, so wie ich, und den Gästen nicht sagen, dass es sich hierbei um Zunge handelt, weiß ich gar nicht, ob man direkt das merken würde. Ich habe das Ganze jetzt noch ein bisschen aufgetischt und werde das Ganze natürlich jetzt auch probieren. Teilen, liken, kommentieren ist immer gern gesehen. Habt ihr schon mal Zunge gemacht? Wenn ja, wie? Lasst es mich doch wissen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin durchaus für weitere Rezeptideen offen. Das ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass ich das gemacht habe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.